Digga, ich kann mich hier nicht dran hängen. Was ist das denn? Ey, man muss da ganz nach oben hin. Okay, da kommen so blaue Dinger und da muss man ganz nach da oben. Habt ihr gesehen, diese blauen Dinger? Da muss man ganz nach oben fliegen. Ich bin zu scheiße dafür. Ich kann das nicht. Das kann ich nicht. Das muss ein PC-Spieler machen. Ich kann nicht Moven und Viereck gleichzeitig drücken. Das ist voll schwierig. Ich kann nicht mich hochhangeln. Das muss ein PC-Spieler machen. Übel hackelig. Das ist auch einfach auch nicht... Auf Konsole kann ich es echt vergessen. Ich komm hier nicht weg! Versuch ich scheiße jetzt nochmal. Digga, wie soll man das... Hey, ich hab's doch gemacht! Ja, oben muss einer aktivieren und danach müssen zwei die Ketten ziehen, wie gewohnt. Okay. Also erst oben aktivieren und dann die Ketten. Okay. Dann würde ich sagen, alle versuchen hochzukommen. Und wer es verkackt hat, geht dann zu einer Anquette. Wenn einer nicht hochkommt und es verkackt, dann hast du ja unten keine Chance mehr. Das heißt, alle müssen versuchen hochzukommen. Aufhören anzugreifen, versuchen hochzukommen, den Scheißschalter zu aktivieren. Und wenn ihr seht, dass einer oben ist, geht ihr direkt zu einer Kette. Da müssen alle mitmachen. Du kannst dich nicht auf den anderen verlassen. Wenn ich jetzt als einziger hochfliege und ich schaff das nicht, dann könnt ihr unten so viel versuchen, an die Kette zu kommen, wie ihr wollt, weil es nicht geht. Da müssen echt alle dann mitziehen. Okay. Bin oben. Und aktivieren. Digga, nur am rumfliegen. War ich hier im Boss oder was mache ich hier? Digga, ich bin hier Parkour am machen beim Boss. Was ist das? Habt ihr das gesehen? Das ist so eine scheiß Pisse. Hacke. Das kannst du vergessen. Das kannst du komplett... Also ich weiß nicht, ob so ein PC besser ist, aber auf der Konsole kannst du komplett vergessen. Das ist das Schlechteste, weil ich je irgendwo mal gespielt habe. Das ist so unfassbar schlecht. PC ist genauso, Rotze. Ja, also das ist die schlimmste Mechanik, die ich seit langem mal wieder bei einem Boss gesehen habe. Also selbst First Descendant, Gearschund kommt da nicht ran. Also ich glaube, ich habe es jetzt raus mit nach oben kommen. Also ich glaube, ich habe es jetzt raus mit nach ganz nach oben kommen. Ich glaube sogar, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ah, Digga, fliegt doch bitte. Ey, ey! Ey, ey! Seht ihr, wie die Kamera auch immer völlig falsch ist? Du kämpfst nicht nur gegen den Chimera, sondern auch gegen die Kamera. Ich sage es euch. Nein! Oh mein Gott, ich habe fast daneben gesprungen. Oh mein Gott, ey. Können die es bitte noch buggiger machen, bitte? Ich kriege ja fast einen Herzinfarkt. 3% also, wenn wir es nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Ich habe den Gürtel bekommen, geil. Tempel, Trophäe abgeschlossen. GG an alle. GG. Gut gespielt. 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 Vielen Dank.